So, hallo! Wir machen weiter bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Das letzte Mal haben wir hier bei Boris gelernt, wie das mit dem Labyrinth-Bau-Editor-Dinges funktioniert. Und wir werden es aber erstmal nicht weiterverfolgen, haben wir Besseres zu tun, zum Beispiel die Story-Skill. Aber wir werden das natürlich, also alle Herausforderungen und so, die es gibt, werden wir natürlich mit der Zeit machen. Ganz klar. Gehört ja zum Spiel dazu, aber halt nicht jetzt. So, dann guck mal, ich komme hier hinten sogar schon hoch. Das ist... Okay, wir gehen mal, wir gehen mal... Oh! Die sind echt, die sind echt krass versteckt, ne? Ei, ei, ei... Ich hoffe, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwie den Detektor oder sowas später zu haben. Weil sonst wird das echt schwierig, die alle zu finden. Was ist das? Boris Hütte bringen wir alle komisch... Achso, das ist ein Schild gewesen. Da sind noch grüne Äpfel, aber in dem anderen Raum war ja rote, also das haben wir uns schon gemerkt. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein Ort für eine Muschel. Aber ich weiß genau, es wird wie immer so sein, da wo ich buddel, ist keine und da wo ich nicht buddel, ist dann eine. Ganz klar. Ich will aber eigentlich jetzt nicht über den Weg gehen, will ich jetzt eigentlich nicht in die Steppe kommen. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir ja schon irgendwelche Herzteile oder sowas holen. Oder zumindest was markieren auf der Karte. Und das Lied hier oben ist halt einfach großartig. Deswegen gehe ich jetzt auch in die Höhle, damit das Lied wieder weg ist. Aber wir gucken einfach uns mal ein bisschen um. Kann ja nicht schaden. Ist ja kein Zeitverlust, den wir hier haben. Kriege ich den kaputt? Nein. Äh, dann habe ich jetzt Quatsch gemacht. Nein. Ah, so wird das nix. Äh, okay, du gehst erstmal weg. So. Ich krieg halt den Kristall da nicht weg. Das ist das Problem. Ich dachte, das geht so, aber das geht nicht so. Ha. Geht das vielleicht nur von der anderen Seite, dass das ein Rückweg hier ist? Ah, nein. Wollte ich nicht. Nein. War ein Link. Ah ne, ich komme ja... Ah. Nicht doof. Nicht doof. So. Jetzt komme ich hier rein. Jetzt kann ich zurück. Und dann ist es ja praktisch von der Seite aus. Genau. Und jetzt kann ich nämlich das machen und kann das machen. Und dann bin ich beim Herzteil. Sehr schön. Ein Herzteil weniger, das wir markieren müssen. Und damit haben wir einen neuen Herzcontainer. Perfekt. Das kann alles nur sehr nützlich sein für den nächsten Dungeon auf jeden Fall. So. Was wir jetzt natürlich noch nicht haben, solche Geschichten wie Bomben. Falls wir jetzt da irgendwie eine Wand sehen, die zerbrechbar ist, dann würde ich die schon mal mir markieren. Ah, da komme ich noch nicht drüber. Da komme ich auch noch nicht durch. Ähm... Nein, das wollte ich nicht. Weg damit. Achso, habe ich noch gar nicht gesetzt. Okay, wie markiere ich mir das denn jetzt? Äh... Ich mache mal das für diese Diamanten. Und dann ein bisschen daneben. Ich hoffe, ich checke, dass das das für beide gedacht ist. Mache ich mal das Zeichen. Ich weiß dann schon, was das bedeutet. Ja, ja. Ganz bestimmt weiß ich das. Äh... Okay. Gehen wir mal hier raus. Ah, nice! Sehr schön. So. Das ist hier nichts weiter, was ich tun kann. Okay. Gut. Gehen wir wieder zurück. Okay. Na, hier habe ich... Nee, hier komme ich auf keinen Fall vorbei. Okay. Oh! Wait, 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 wait. Komm ich da durch? Also... Ah, nee, das ist von der anderen Seite. Aber wir sehen es schon mal. Vielleicht markiere ich mir das auch gleich mal. Das ist dann aber praktisch... Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Na, ich bin hier rein. Das ist dann da irgendwie. So. Na, vor allem wenn es jetzt wirklich mehr Herzteile gibt als im Original. Ist da ja einiges zu tun. Ist da ja einiges zu tun. Ich hoffe, es gibt nicht auch mehr Muscheln. Das wäre... ungünstig. Vielleicht kommen wir aber vielleicht zum Herzteil. Vielleicht haben wir das ja schon, äh... Ah, nee, hier geht es nicht weiter. Hier kann ich mal buddeln. Das sieht wieder alles hier verdächtig aus. Nein, da ist nichts. Okay. Gut, dann ist hier auch nichts weiter für uns zu tun. Ach, guck mal, es ist ja auch hier rot geworden mittlerweile. Ist das einfach nur Zufall, welche Farbe die haben? Oder werden die einfach mit der Zeit reifer? Na gut. Ähm... Wir gehen jetzt mal den normalen Weg. Ich denke, wir haben genug... Halt, hier kann ich noch hoch. Was ist denn hier? Ah, ich weiß, was hier ist. Juhu, der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Meer. Beim Klang der acht Musik inzunehmende der Sirenen wird er jedoch aufmachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so. Juhu. Da gehen wir jetzt noch mal schnell hoch. Dann sehen wir das schon mal. Dann mal ran spielen. Ja, hier ist dann... ...der Weg... ...bis ganz nach oben zum Windfischrei. Und wenn wir... ...alle Instrumente fertig haben... ...werden wir sie dort spülen. Wie er es gerade gesagt hat. So. Okay. Ich hoffe, ich habe hier nicht irgendwas verpasst. Das wäre blöd. Kann man im Wasser buddeln? Nee, ne? Nein. Das wäre auch komisch. Okay. Äh... Ja. Dann gehen wir mal wieder runter. Hier waren wir ja... Genau. Hier sind wir ursprünglich einfach kurz in das Haus gelaufen. Und dadurch... ...haben wir... ...plötzlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, den ich wollte. Hä? Äh... Ja, was ist eigentlich hier? Nichts. Aktuell. Und... Tschüss. Das Herzteil da hinten haben wir. War hier noch irgendwo was? Guck mal, das hier ist auch schon wieder so eine Fläche. Da kann man nur so einfach reinlaufen. Gibt es auch, glaube ich, keinen Weg raus. Hier könnte echt eine Muschel sein. well vielleicht kann man ja oft teilweise überhaupt nicht buddeln. Dann ist da wohl keine Muschel. Aber. Hätte ja sein können. ... then, then, then. Es sind so viele Flecke, die sehen alle so verdächtig aus. Ich weiß, genau da, wo ich dann wieder buddel, ist wieder nix. Und da, wo ich nicht buddel, da wäre dann wahrscheinlich eine. Auah. Das ist immer der gleiche Mist. Auch dieses Stück hier zum Beispiel. Okay. Das meine ich. Uff. Das sah halt verdächtig aus. Oje. Ich werde so viele nicht mehr finden. Weil ich mich überhaupt nicht erinnern kann, ob das da im Original eine war. Oje. Die Energie ist nicht so cool. Können wir mal Herzen buddeln? Dankeschön. Können wir mehr Herzen buddeln? Anscheinend können wir nicht. Da hinten war ich schon. Da ist wieder der Friedhof. So. Oh meia. Ich wollte mir Herzen holen und nicht verlieren. Okay. Wir lassen den Friedhof mal Friedhof sein. Ah, nice. Was ist mit dir denn? Was ist denn mit euch? Aua. Genau, hier unten. Ach, schade. Ist der eine Weg in die Urungasteppe. Ansonsten wäre man von dem Dorf. Hier drüben ist unser Dorf. Da, da ist Mögendorf. Aber ich wollte gerade mal gucken, wie komme ich denn hier rund. Ach, da komme ich hin. Alter. Kommen die immer wieder? Was ist denn mit denen? Die kenne ich gar nicht. Okay, die kommen immer wieder anscheinend. Ja, aber es wird immer mehr. Hilfe. Jetzt der einen kommt zwei. Hilfe, lass mich in Ruhe. Okay, alles klar. Aber hier komme ich runter. Das ist zum Beispiel schon wieder so ein verdächtiges Ding. Nice. Sehr gut. Alter. Was ist denn mit euch? So, jetzt lass mich in Ruhe. Da ist doch gar nichts. Aber was war denn mit dem Ding wieder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Kommen wir mit der Sicherheit. Mit der Sicherheit. Mit Sicherheit kommen wir da wieder hin. Jetzt gehen wir mal hier runter. Vielleicht können wir das ja auch schon machen. Bisher sieht es gut aus. Hat sich erledigt. Mit sieht gut aus. Hä? Ach. Da wäre ein Geheimgang auf dem Friedhof gewesen. Ja, lull. So hat man den jetzt von der anderen Seite geöffnet. Das ist natürlich auch witzig. Aber komme ich vielleicht? Komme ich da vielleicht? Nee. Ich glaube nicht, dass das geht. Das wäre schon sehr lustig. Nein. Okay. Ähm. Gut. Aber dann können wir da jetzt noch nicht... Dann sollte ich mir das trotzdem markieren einmal. Mal. Dass da ein Herzteilchen ist. So. Aber irgendwie... Warte, wenn ich den rüberschiebe... Haha! Das geht. Das geht. Das geht. Wir verlieren ein halbes Pro runterfallen. Das können wir uns leisten. Das geht. Das kriege ich hin. Das ist nicht so gedacht. Aber das ist egal. Nein, 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 nein. Das kriege ich hin. Mach dich mal weg. Die wird mich ärgern. Wenn die mich runterschmeißt nachher... Dann werde ich fuchsig. Die geht halt nicht weg. Mist. Ich brauche Herz. Das will ich jetzt mir auf die Art und Weise holen. Das geht. Das sehe ich. Das geht sowas von. Ich kriege ein Erzen. Ich kriege einfach keine Herzen, ne? Äh. Oder holen wir uns halt an das Herzen. Aber das muss ich jetzt ausprobieren. Es tut mir leid. Da bin ich jetzt... Da bin ich jetzt... Äh. Ne? Da ist jetzt wieder die... Der Ehrgeiz gekommen. Das ist nicht der beste Ort, um nach Herzen zu würdeln. Da kommt auch nur das... Ein einziges Mal kommt da was von denen. Ah, ne. Kommt öfter. Okay. Oh, das ist natürlich auch... Wobei, ich habe ja eh nur ein halbes. Aua. Ja gut, wird schon reichen. Ich sollte mich einfach nicht dumm anstellen. Dann geht das ja auch alles gut. Ne? Die muss weg. Die muss... Nein. Nicht jetzt schon fallen. Die muss... Nice. Okay. So. Jawohl. Da bitte. Es geht doch. Sehr schön. Dann kann die Markierung auch gleich wieder weg. Hehehe. So. Tschüss, Markierung. Äh. Nein. Äh. Äh. So. Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Nein, das wollte ich nicht. Ich habe irgendeine andere Taste gedrückt. Ne. Aber gut, speichern können wir auch ganz schnell mal. Das ist richtig. Das kann nicht schaden. Ich habe irgendwas anderes gerade gedrückt. Was war denn das? Nein, 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 nein. Ach, die Erinnerungen waren da. Ach, guck mal. Man kann hier wirklich alles nachlesen. Dann hat man hier gefunden, Herzteile. Aber das ist nur die Anzahl. Ach. Insgesamt gefunden. 34. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Was war das jetzt? Ah, das sehe ich jetzt nicht, was das ist. Okay. Eieieieieieiei. Da gibt es ja ein Haufen Kram. Gut. Jetzt muss ich wieder zurückkommen. Ah, das wird natürlich auch wieder lustig. Ach, du Schatte. Ach so, war ich nicht gesprungen? Ne, doch, ich bin gesprungen. Ne, ich bin nicht gesprungen. Oh, weia. Oh, nice. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Wir haben ein Problem. Aber wir haben kein Problem. Alles gut. So, lass mich in Ruhe. Oh, jetzt kommt die hier auch raus. Nö. Will das nicht. Lass mich in Ruhe. Ne, jetzt schon mal der Hassgegner. So. Jetzt gehen wir endlich mal runter in die Urunga-Steppe. Meine Güte. Zeit wird's. Wobei, eine Sache machen wir schnell noch. Wow. Wow, was ist denn mit dir verkehrt? Eine Sache machen wir schnell noch. Wir haben ja hier direkt das Dorf. Na, da steht's auch um der Steppe. Äh. Wir kaufen uns das Herzteil. Wait, wir können schon Bomben kaufen. Ne, oder? Brauche ich dafür nicht eine Bomben-Tank? Moment, das werden wir gleich mal kontrollieren. Kann ich mir einfach Bomben kaufen? Und du musst deine Bomben-Tasche haben. Weiß es gar nicht mehr. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Ja? Wir haben Bomben. Wir haben Bomben. Wir haben Bomben. Wir haben einfach Bomben. Okay, cool. Weil dann machen wir jetzt ganz schnell noch was anderes. Es tut mir leid, aber dass wir das weg haben. Sonst vergesse ich das. Uns fehlt nämlich noch eine Truhe in dem Dungeon da unten. Und da komm ich ja nur mit Bomben rein. Na du? Warte, war hier nicht in dem Brunnen auch was mit Bomben? Moment, Moment, Moment. Oder war das... Denke ich jetzt gerade... Ich glaube, ich denke gerade an ein falsches Spiel. Ich glaube, das war in A Link to the Past. Das hier am Rand irgendwas war. Ja, das klingt alles normal. Hier war nix. Ne, ne, ne. Ne, das war in einem anderen Spiel. Da war nämlich auch so ein Brunnen. Und da konnte man auch eine Bombe setzen. Das war hier nicht. Okay. Ich bin schon komplett durch. So, wie gesagt. Wir wollen mal ganz schnell nach hier nach hinten. Wait, das hier sieht auch wieder... Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. So. Äh, schade. Ne. Aber die Fläche da unten sieht auch wieder verdächtig aus. Ach man, es sieht immer alles so verdächtig aus. Cool. Neau. Auch das da ist sieht irgendwie... Leider nicht. Nicht verdächtig genug anscheinend. Wusch. Wusch. Aber das Stück da. Versuch was wert. So. Rein da. So, müsste ja gleich eingezeichnet sein, ne? Wo war das? Da. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Ne? Sieht man dann irgendwie, dass der Dungeon abgeschlossen ist? Wahrscheinlich nicht. Oh. Äh. Äh. Jetzt geht in Ruhe. Komme ich da jetzt am schnellsten hin? So. Ja, passt schon. Unsere erste Wand, die wir sprengen. Eis. Ich glaube, was gab es da drin? Ich glaube, Geld. Nein, ne Muschel! Dann war das ja super wichtig. Okay. Perfekt. Perfekt. Abflug. Dann haben wir den Dungeon jetzt aber wirklich fertig. Sehr schön. Alles, was wir jetzt machen, müssen wir später nicht mehr machen. Gut. Jetzt würde mich nur interessieren, sehe ich das irgendwo, dass der abgehackt? Das ist jetzt irgendwie markiert als abgehackt? Oder kann ich da... Ne. Okay. Heißt, das muss ich selber wissen, ob der abgehackt ist oder nicht. Na gut. Na gut. Na gut. So. Ups. Bete, 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 bote, bete, bete. Gut, dann... Gehen wir jetzt aber wirklich auf die Rumpa-Steppe. Zumindest noch ein paar Minuten. Gehen wir rumgetrödelt. Äh, sie seien... Nein, dieses ist ja kein rumtrödeln. Wir haben ja... Wir haben ja wichtige Dinge getan. Halt. Zeitquests, aber die sind ja alle wichtig. Ne? Aber cool, dass man jetzt schon Bomben kaufen kann. Wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, da gibt es irgendwie so eine Bombentasche. Die war nicht so. Was kann ich jetzt eigentlich kaufen? Jetzt ist der Pfeil und Bogen schon da. Da wirst du ja bekloppt. Okay. 980 Rubini. Ich glaube, das war im Original auch so teuer. Ja, das dauert ein bisschen, bis wir uns den leisten können. So. Was haben wir hier? Ah, da kommen wir sogar ran. Nice. Wait. Ah, ja. Komm mal ran, sag ich ja. Dadadadam. Und an die Truhe kommen wir auch noch. Dadadadam. Sehr schön. Perfekt. Gut. Hatte ich nicht irgendwo auch auf der Karte was mit Bomben mal schon mal markiert gehabt? Habe ich nicht irgendwo mal eine Bombenmarkierung ges... Ne, was war das denn für ein Symbol? War das ein Bomben? Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Das machen wir dann bei Gelegenheit. Das wird's zu weit weg. So, mit Ulriere reden wir nicht. Aua. 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 Komm mal weiter um. Boah, man stelle sich vor im Heldmodus es gäbe keine Herzen, die spawnen. Aieieieiei. Ich würde mich ja komplett anstellen. Ah, da komme ich nicht weiter. Dann wollen wir das gleich mal markieren. Ich habe ja meine... ...Markierung dafür. So. So. Aber was steht da drauf? Ja. Wer hätte es gedacht? So. Ist es hier? Kann ich das schon auslösen? Nice. Dann machen wir das jetzt doch schnell. Dann haben wir jetzt nämlich den ersten Teleporter. Ah, sehr gut. Dann gibt es aber mehrere, weil an den kann ich mich nicht erinnern. An den kann ich mich echt nicht erinnern, dass es da einen gab. Dann gibt es mehrere Teleporter. Das ist sehr gut. Das ist sehr praktisch. Und was auch im Gameboy war... Ähm... Im Gameboy war es so, dass du nicht auswählen konntest, zu welchem du teleportiert wirst. Sondern du musstest einfach alle durchteleportieren, bis du da warst, wo du hin wolltest. Also die haben einfach... Die haben sich einfach einer Reihenfolge gefolgt. Und das war's. Das war dann das tolle Teleportieren. So. Komm ich da hinten? Ja. Da lass mich durch. Ah, da komm ich nicht hoch. Hier komm ich hoch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Dann gucken wir nochmal in die Höhle rein. Aber ich hab mir da so eine Kugel gesetzt. Das ist doch eigentlich nicht so cool für Bomben, wenn ich nicht doof bin. Also wenn ich nicht doof bin, hab ich damit mir sagen wollen, hey, da ist was mit Bomben. Jetzt gucken wir mal. Aber hier ist doch nix mit Bomben. Da war was zum Hochheben. Hab ich mir das Hochheben markiert und dann nicht mehr weggenommen? oder war hier irgendwo noch eine Wand? Nee. Ja, bin ich denn komplett dumm? Habe ich das Hochheben als Kugel markiert? Anscheinend. Weg damit. Blöd kann man auch sein. Ja, tut mir leid. Dann war der Weg jetzt leider umsonst. Äh, okay. Na gut. Das kann ich jetzt leider grad nicht ändern. Ah, doof. Nein, springen. Hilfe. Wait, was war jetzt eigentlich hier? Ach, da war der Dr. White. Ja, 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 ja. I remember. Na gut, gehen wir wieder rund durch. Lieber eine Markierung weg als dass wir sie komplett übersehen. Ne? So. Man kann sich alles schön kriegen. Hier war keine Kiste mehr. Ich gehe nur ganz kurz aber ich glaube hier war nichts mehr. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte dass wir es wissen. Ansonsten wäre ich doch hoffentlich schlau genug gewesen es mir zu markieren. Nein, hier haben wir alles. Gut, tschüss. Ei, ei, ei. So, zack. So. Werte der Wirmskrab. Das wollte ich gar nicht. Dann zurück zum Teleporter. Und dann machen wir halt das nächste Mal hier unten weiter. War jetzt wieder ein Part in dem wir mehr rumgewurschtet haben aber wir haben alles wichtige Dinge getan. So ist es nicht. Wir haben Herzteile geholt Bomben geholt Muscheln geholt Ja passt schon. Ne? Es ist sozusagen Vorsorge für die Zukunft die wir getrieben haben. Ja, wir haben Vorsorge für die Zukunft getrieben. Genau das haben wir gemacht. Was steht hier? Borushütte. Heimat des Schreiksnabellinns der Welt. Okay. Wir gehen mal kurz noch hier nach hinten weil ich glaube da ist dann auch gleich Schluss. Ach! Ja, da ist gleich Schluss. Äh. Schleimschlüsselloch da ist vor allem der nächste Dungeon. Ah, da kommen wir noch nicht hin. In dieser Zeit kannst du das nicht lesen. Ach so. Sag das doch gleich. Ist das Loch? Da ist ein Loch und da kommt ich nicht rein. Ich glaube zumindest das ist der dritte Dungeon. Ich bin mir gerade unschlüssig. Ah, warte! Nein! Aua. Ich... Ah, ich... Ich... Ich hab... Ich bin doof. Ich habe Erinnerungen. Ich habe Erinnerungen. das Gespräch hier führen wir schnell noch. Aber dann hören wir auf. Das tolle Regal. Das Gespräch hier führen wir schnell noch. Nein, lass mich... Lass mich da raus. Ja! Richard, er sei gegrüßt. Vermutlich sieht es mir nicht an. Aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen das ich bei der Flucht verloren habe. Hm. Großartig. Genauer gesagt handelt es sich um fünf goldene Blätter. und ich will sie alle. Vergesse ja nicht auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Ja. Kleine Sammelquest zwischendurch die wir aber machen müssen um weiterzukommen. Dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.